Mein Name ist Saeed Ibrahim und ich erzähle auf diesem Kanal Geschichten von meinen Zuschauern an dieser Stelle. Erstmal vielen Dank an jeden Einzelnen, der mir seine Geschichten hier anvertraut und dass ich überhaupt diesen Content haben darf. Dank euch, dass ihr mir, wenn ihr mir diese Geschichten nicht erzählen würdet, nicht schreiben würdet, wäre dieser Kanal auch tot an dieser Stelle. Einen riesen, riesen großen Dank für euer Vertrauen und für eure Geschichten. Und lasst uns gar nicht um den heißen Brei reden, Freunde. Lasst uns direkt starten mit der Story. Viel Spaß. Mein Name ist Marlon. Ich bin zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze passiert ist, 16 Jahre alt. Mein Vater hat uns damals sehr früh verlassen. Ich war zu dem Zeitpunkt vier Jahre alt. Meine Mutter war alleinerziehend. Sie hatte nur mich und ich hatte nur sie. Aber die Vaterrolle hat gefehlt. Wir sind im Ghetto groß geworden, viele Freunde gehabt, viele falsche Freunde gehabt, viel mit Kriminalität zu tun gehabt und Drogen. Und irgendwann kamen auch die ersten Einbrüche, Überfälle und dann haben wir eines Tages eine Aralthangstelle ausgeraubt. Wir wurden gepackt und wurden auch natürlich verurteilt und kamen in den Knast. Ich habe damals acht Jahre bekommen. Acht Jahre habe ich bekommen und ich habe mir vorgenommen, weißt du was, du hast jetzt diese acht Jahre bekommen. Du musst diese acht Jahre jetzt nutzen, um auf dein Leben klar zu kommen, um daraus zu lernen und keine Scheiße mehr zu bauen. Ich wurde, wie gesagt, verurteilt. Es gab ein Datum, wo ich reingehen sollte, aber ich wollte mich selbst stellen, weil das kommt immer besser an. Zwei Wochen vorher bin ich zum Knast gegangen mit meiner Tasche, mit meiner gepackten Tasche. Ich stehe vor dem Knast und sage, ich möchte mich gerne stellen. Dann und dann ist der Termin, aber ich wollte mich selber stellen. Die sagen, ja, nee, das müssen wir erstmal prüfen. Und rufen hier an, rufen da an, gucken hier, gucken da. Ich so, Jungs, was ist los? Ich will rein. Ich will rein, was ist denn los? Was gibt es denn Einfacheres? Ihr müsst mich nicht suchen, ihr müsst mich nicht abholen, ich komme selber. Irgendwann nach zwei Stunden, drei Stunden, die sagen, alles klar, komm. Also, wir gehen hier hin, wir gehen da hin, Fingerabdrücke, dies, das, alles mögliche. Irgendwann war ich in meiner Zelle. Ich bin in meiner Zelle, ich lege mich hin, ich schaue mir die Decke an. Ich weiß, heute ist der 10. Juni und dann und dann komme ich raus, spätestens. Meine Mutter ist alleine, ich bin hier im Knast. Meine Mutter ist aber ein sehr, sehr pfiffiger Mensch. Meine Mutter kriegt das alleine draußen, denn ich bin mir sehr, sehr sicher. Sie ist richtig stramm, richtig stabil. Ich habe, wie gesagt, acht Jahre bekommen, nach sechs Jahren, ich soll raus. Zwei Wochen vorher, bevor ich entlassen werde, bekomme ich eine Nachricht. Ein Gefängnisbeamter kommt, er sagt zu mir, Marlon, wir müssen reden. Ich sage zu ihm, worüber müssen wir reden? Er sagt, Marlon, es tut mir sehr, sehr leid, dir das sagen zu müssen, aber deine Mutter ist verstorben an einem Herzinfarkt. Eine Welt ist für mich zusammengebrochen. Eine Welt ist für mich zusammengebrochen. Meine arme Mutter, alleine, ohne ihren Sohn, an ihrer Seite, ist verstorben. Ihr könnt euch dieses Gefühl nicht vorstellen, was mir in dem Moment durch den Kopf ging, wie es mir ging, wie ich mich gefühlt habe. Alles war einfach. Das ganze Leben ist an mir vorbeigezogen. Wie damals unser Vater uns verlassen hat, oder mein Vater, meine Mutter und mich verlassen hat. Wie meine Mutter jeden Morgen aufgestanden ist, mich zum Kindergarten gebracht hat, zur Schule gebracht hat. Ich immer die saubersten Klamotten hatte, ich immer die schönsten Sachen anhatte. Mir hat es nie an etwas gefehlt. Ich hatte immer alles, was ich wollte. Egal, was ich mir gewünscht habe, meine Mutter war da. Und ich hatte nichts anderes zu tun, als diese Gutmütigkeit auszunutzen, Scheiße zu bauen und am Ende im Knast zu landen. Und während ich im Knast sitze, meine Mutter elendig an einem Herzinfarkt stirbt, alleine, zu Hause. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass meine Mutter zwei, drei Tage in der Wohnung tot lag, bis man sie quasi gefunden hat, weil Freunde, Familie sie nicht erreicht haben. Und die Polizei immer wieder geklingelt hat, irgendwann die Tür aufgebrochen hat und meine Mutter in der Küche lag. Ich konnte an der Situation nichts mehr ändern. Ich habe noch zwei Wochen, bis ich rauskomme, aber ich habe mir in diesem Moment gedacht, Wenn du jetzt rausgehst, da ist niemand, da ist gar keiner, da wartet niemand auf dich. Es gibt niemanden, der sich darauf freut, dass du rauskommst. Ich habe erst mal zwei, drei Tage nur geweint. Ich war in meiner Zelle, keiner hat mit mir geredet, keiner hat mich angesprochen, keiner, nix. Ich habe mich wirklich diese Jahre sehr, sehr gut benommen, weil ich frühzeitig entlassen werden wollte. Ich bin arbeiten gegangen. Ich war Vorarbeiter. Und ich wusste nicht mehr, wohin mit mir. Was mache ich, wenn ich rausgehe? Zu wem soll ich? Was mache ich? Finde ich Arbeit? Finde ich keine Arbeit? Nach fünf, sechs Tagen bin ich auch wieder rausgegangen. Freie Stunde draußen, ein bisschen rumgelaufen. Und da war so ein neuer Typ. Da war ein neuer Typ. Ich kannte ihn nicht. Er guckt mich an, ich gucke ihn an, ich bin sowieso richtig schlecht drauf. Ich gucke so richtig böse, ich bin traurig, ich bin wütend. Er guckt mich an, er sagt zu mir, was? Ich sage zu ihm, was? Er sagt zu mir, ja, was? Ich habe zu ihm gesagt, Digga, wer bist du? Was willst du von mir? Er sagt zu mir, wer ich bin? Ich bin dein Vater. Ich sage, du bist mein Vater? Ja, du hast was mit meiner Mutter gehabt, willst du mir gerade sagen? Willst du gerade indirekt meine Mutter beleidigen? Er sagt, ich bin dein Vater. Mach, was du willst. Alle Sicherungen, jede Sicherung, die es gab, ist geplatzt. Du kleiner, dreckiger Hund. Ich will auf ihn raufgehen. Ein paar Leute halten mich fest, sagen, Bruder, nein, mach dir das nicht kaputt, du kommst bald raus. Ich habe zu ihm gesagt, du wirst dafür bezahlen. Ich schwöre dir, du wirst dafür bezahlen. Warte ab. Warte einfach ab. Ich gehe weg. Ich gehe zu so einem Kollegen vor mir. Ich habe zu ihm gesagt, Bruder, besorg mir irgendwas, womit ich diesen kleinen Bastard einfach zur Strecke bringe. Er hat meine Mutter beleidigt, Bruder. Meine Mutter liegt nicht mal unter der Erde. Er hat meine Mutter beleidigt. Ich raste aus, Bruder. Ich schwöre es dir, entweder er oder ich. Er hat gesagt, bist du dir sicher? Du bist ein paar Tage hier raus. Mach dir das nicht kaputt. Ich habe zu ihm gesagt, Bruder, ich habe draußen niemanden. Ich habe nur euch. Ihr seid meine Familie. Ihr seid meine Brüder. Besorgt mir was. Ich muss diesen Hund beseitigen. Sicher, sicher. Er besorgt mir ein Messer. Freistunde. Ich gehe hin. Kurzen Prozess. Bam, 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 bam. Mehrere Mal in seinen Hals, in seine Brust, in seinen Rücken. Überall rein. Und jetzt verreck. Du dreckiges Stück Scheiße beleidigst meine Mutter. Ich gucke ihn an. Er liegt auf dem Boden. Er schnappt noch so die letzten Atemzüge. Ich gucke ihn an und beobachte ihn einfach nur. Und ich höre nur noch, bum, 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 bum. Die Polizei, die Beamten, Gefängnisbeamten rennen auf mich zu. Und ich spüre nur noch, bam, ein Schlag auf meinen Rücken. Ich falle hin. Drei, vier Polizisten auf mir drauf. Und ich bin direkt in Handschellen. Dieses Stück Scheiße ist natürlich sofort gestorben. Direkt. Da gab es. Den konnte man nicht mehr helfen. Ging nicht mehr. Der war weg. Es kommt zur Gerichtsverhandlung. Ich bekomme lebenslänglich. Ich bekomme lebenslänglich. Ich weiß. Ich bin die nächsten 15 Jahre hier drin. Weil er hat meine Mutter beleidigt. Ein paar Tage später habe ich das gemacht. Es war nicht aus Reflex oder sonstiges. Es war kein Totschlag. Es war ein geplanter Mord. Ich habe drei, vier Tage nur auf den richtigen Moment gewartet, um ihn zu ermorden. Deswegen habe ich lebenslänglich bekommen. Dann, ich wusste, ich bin die nächsten 15 Jahre hier drin. Hier ist mein Zuhause. Ich habe draußen kein Zuhause. Hier ist mein Zuhause. Und hier werde ich jetzt das Schwert in die Hand nehmen. Nach einigen Jahren, der ist irgendwann raus. Der ist irgendwann raus. Der ist irgendwann raus. Neue Leute kommen rein. Und dann kam ein... Kurde rein. Alan. Alan kommt rein. Alan, wirklich ein sehr, sehr stabiler Typ. Ich habe ihn bei mir aufgenommen. Wir waren Zellennachbarn. Wir waren Zellennachbarn. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben Karten miteinander gespielt. Da waren noch ein paar Russen dabei. Sehr stabile Russen. Und da gab es ein Kartenspiel. Das hieß Durak. Das heißt auf Russisch übersetzt, auf Deutsch, Dummkopf. Wir spielen, wir spielen. Wir spielen. Und du darfst auch bei diesem Spiel, darfst auch schummeln. Wenn du beim Schummeln nicht erwischt wirst, dann zählt die Runde. Scheißegal. Wenn du aber jemanden erwischt beim Schummeln, sagst du, nein, stopp. Falsche Karte, nimm die wieder zurück. Er muss die wieder zurücknehmen. Irgendwann kommt ein anderer rein. Sein Name war Enes. Enes kommt rein. Enes ist 1,70 Meter groß und wiegt um die 150 Kilo. Er ist total aufgeregt. Er hat seine Sachen in der Hand. Er läuft durch den Flur und guckt nicht nach links und er guckt nicht nach rechts. Er guckt nur geradeaus. Er hat richtig Angst. Er denkt, wir wären in so einem amerikanischen Gefängnis und irgendwelchen Banden und dies und das und gleiches hier Massenschlägerei. Er hat zu viel diese Dokumentation geguckt. Der gefährlichste Knast in Amerika und so. Das war ein bisschen zu viel für seinen Kopf. Jemand ruft ihn, Enes. Er guckt nicht nach links. Er läuft einfach weiter. Jemand hat ihn erkannt. Ich kenne Enes auch. Ich kenne Enes noch aus den Zeiten draußen. Ein paar Tage vergehen. Jemand kommt zu mir und sagt, hey, dieser Enes fragt nach dir. Enes hat gesagt, Marlon ist mein Cousin. Hey, was will Enes? Wo ist Enes? Enes ist da und da. Wie der Zufall es wollte, Enes ist genau links neben mir in der Zelle und Arlan ist rechts neben mir in der Zelle. Freistunde, wir chillen immer zusammen. Irgendwann, wir stehen auf dem Flur, wir lehnen uns alle so an diese Dings, an diese Stange. Enes fühlt sich auf einmal richtig sicher an meiner Seite. Er ruft die Leute so mit Fingerschnipsen und mit Finger und so. Ich sage zu ihm, hey, was machst du da? Was ist los mit dir? Er sagt, warum? Ich habe zu ihm gesagt, was rufst du hier die Leute mit Finger und Schnipsen und dies und das? Wer bist du? Er sagt, warum? Wir sind doch zusammen. Ich habe gesagt, du hast mal ein bisschen mehr Respekt vor den Leuten hier, Mann, die ficken dich. Was ist los mit dir? Er sagt, ja, Bruder, Entschuldigung. Ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Ich habe hier Respekt. Das funktioniert hier so nicht. Tamam, du bist mit mir. Ich passe auf dich auf, aber benimm dich. Dann wir gehen duschen. Ein paar Tage später, wir sind in der Dusche. Wir alle drei haben unsere Handtücher um uns herum. Auf einmal kommt so ein anderer Typ, so ein Russe. Er sagt, Oh, Enes, du hast richtig schöne Titten. Enes sagt, deine Mutter hat schöne Titten. Ich gucke ihn an, ich gebe Enes eine Backpfeife. Bei mir, du darfst Mutter nicht beleidigen. Mutter ist heilig. Bei mir, du darfst Mutter nicht beleidigen. Ich gebe Enes eine Backpfeife. Enes guckt mich richtig schockiert an, so richtig erstarrt. Er bewegt sich nicht mehr. Ich rufe den Russen. Ich sage, komm her. Der Russe kommt, er sagt, was ist los? So, was los ist, bam, ich gebe ihn auch eine. Ich habe zu ihm gesagt, wenn du noch einmal zu Enes sagst, dass er geile Titten hat, ich schwöre dich, ich zerstückel dich, hast du mich verstanden? Und Enes, du, wenn du noch einmal über seine Mutter sprichst, zerstückel ich dich auch. Habt ihr mich beide verstanden, oder nicht? Der Russe wollte am liebsten was sagen, aber er geht nicht. Er weiß, ich fresse ihn auf. Enes ist sowieso der größte Schiss auf der Welt. Wir gehen wieder in unsere Zellen. Ich, Alan und Enes, wir sitzen in unserer Zelle. Wir spielen Durak. Ich und Alan gucken uns an. Wir zwinkern uns so mit dem Auge zu. Lass uns ihn verarschen. Wir sagen zu ihnen, Enes, was war das gestern? Er sagt, was denn? Wir sagen gestern, wo du Besucherraum warst, wo deine Familie gekommen ist. Er sagt, ey, ich so, stimmt das, dass du von diesen Türken die Schwester angeguckt hast? Er sagt, welchen Türken? Ich habe gesagt, du weißt ganz genau, welchen Türken. Ich meine, Merd. Ich habe gesagt, weißt du, was für ein abgefuckter Typ Merd ist? Und du weißt, wenn es um Schwester und Mutter geht, keiner kann was sagen. Du sitzt in diesem Besucherraum und guckst die ganze Zeit permanent seine Schwester an. Ich schwöre, Merd wird dich ballern und wir können nichts für dich tun. Er macht so, bitte, nein, ich schwöre, ich habe ihm, Bruder, nein, bitte, ich habe niemanden angeguckt. Und er kriegt Paranoia seines Lebens. Er fängt an zu schwitzen, er wird rot. Und ich und Alan machen immer so, wir kriegen keine Luft mehr, wir müssen lachen, aber wir können nicht, weil dann checkt er das. In dem Moment, wo er checkt, dass wir ihn verarschen, macht er so, wer ist dieser Merd? Er soll kommen. Wenn er ein Mann ist, er soll kommen. Wir lachen uns tot. Wir lachen uns richtig tot. Wir sagen zu ihm, Bruder, das war Spaß. Er sagt, Spaß oder nicht Spaß, sag diesen Merd, er soll kommen. Wir sagen, oh, was ist los? Eier bekommen wir auf einmal, oder was? Was ist los mit dir? Auf jeden Fall, ein paar Tage vergehen, wir sitzen wieder in der Zelle und Enes kann richtig gut Augenbrauen zupfen und Bartkontur mit diesem Zupfer machen. Er macht hier die Seite vor mir, er macht die Seite vor mir, ich gucke in den Spiegel, ich sehe aus wie so eine Missgeburt. Ich sage zu ihm, was ist das denn? Die Seite ist schief, die Seite ist gerade, was denken die Leute von mir, du kleiner Hund? Nein, Bruder, das sieht richtig gut aus, nein, Bruder, guck doch, dies, das. Ich habe zu ihm gesagt, mach das vernünftig, ich reiß dich in Stücke. Er hat gezittert, er hat meine Konturen wieder gemacht. Ich habe zu ihm gesagt, jetzt verpiss dich in deine Zelle, ich will dich hier nicht mehr sehen. Verpiss dich Allah, schnell. Er geht aus den Dings raus, auf einmal, eine Stunde später, ich höre eine Rangelei, Schlägerei, wir gehen dahin, wir boxen uns mit, mit jeden, Araber, Kurden, Türken, Russen, alle sind aufeinander raufgegangen. Polizei kommt, diese Wärter kommen, reißen uns alle auseinander, alle isolationshaft, keiner darf mehr aus seiner Zelle raus. Wer ist dafür verantwortlich? Derjenige, der dafür verantwortlich ist, derjenige, der das gemacht hat, wir müssen ihn ballern. Eine Woche lang, wir waren alle eingesperrt, 23 Stunden, eine Stunde darf jeder nur rausgehen. Und dann fing es an, ich habe wieder meine Ticker, ich verteile Klatschen, jeden Tag Schlägereien, jeden Tag Probleme und irgendwann, der Anführer von den Russen, von den Türken, die vereinen sich. Normalerweise, die Russen hatten ihren Anführer, die Kurden hatten ihren Anführer, die Türken hatten ihren Anführer und wenn es irgendwelche Streitereien gab, haben die Anführer das quasi geregelt. Aber die beiden haben sich auf einmal zusammengetan und wollten auf mich rauf, um mich erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Ich habe das schnell gemerkt, ich bin hingegangen zu Wladimir. Ich habe zu ihm gesagt, was sind das für Filme, die er hier gerade macht? Ja, nee, was soll das? Was wollt ihr damit bezwecken? Ihr beide gegen mich oder was? Er sagt, ab jetzt wirst du unsere Toiletten putzen. Hast du verstanden? Ich habe zu ihm gesagt, derjenige, der sowas zu mir sagt, ist noch nicht geboren. Hast du mich verstanden? Und dann sagt er zu mir, bis jetzt bleibt ihr nie nach, ich will mir ein Ding geben und ich sage zu ihm, bin ich nicht da, und bin einfach auf ihn rauf gegangen. Bam, 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 bam. Er boxt mich, ich boxt ihn und wir haben uns beide die Fresse kaputt geschlagen. Kaputt geschlagen. Die Russen kommen, die Kurden kommen, die Türken kommen, jeder von einer Seite, wieder Massenschlägerei. Wieder Massenschlägerei. Aber, wenn du Schwäche zeigst, ist vorbei. Du wirst wirklich Toiletten putzen. Du wirst wirklich die Pussy. Wieder Isolationshaft, wieder Strafe, wieder dies, wieder das. Ich durfte nicht mehr arbeiten gehen. Mein Job als Vorarbeiter habe ich verloren. Alles Mögliche. Irgendwann, wir müssen uns vertragen. Sie suchen das Gespräch mit mir. Der türkische Anführer kommt, er sagt, wir müssen reden. Ich habe zu ihm gesagt, guck mal, du bist der Sohn von deinem Vater, ich bin der Sohn von meinem Vater und er ist der Sohn von seinem Vater. ihr habt zwei Eier, er hat zwei Eier, ich habe auch zwei Eier. Wir können das vernünftig regeln. Aber, jetzt mal Hand aufs Herz, wenn er zu dir kommt und sagt, du putzt meine Toilette, was sagst du zu ihm? Was sagst du zu ihm? Er sagt zu mir, ich hätte ihn gefickt. Ich habe gesagt, ja, was habe ich gemacht? Ich habe ihn auch gefickt. Er sagt, ja, ich verstehe dich, aber dein Verhalten geht nicht, so und so, dies und das, du denkst, du wärst hier der King, du wärst hier der Baba von jedem, hab du auch ein bisschen mehr Respekt. Ich habe zu ihm gesagt, willst du jetzt auch noch Stress mit mir oder was? Er sagt, guck mal, hör mal zu, wenn du Stress willst, du kannst Stress bekommen. Aber, wenn du keinen Stress willst und du willst, dass wir das vernünftig regeln, wir können das auch vernünftig regeln. Ich habe zu ihm gesagt, guck mal, ich habe keine Angst vor dir. Ich habe auch keine Angst vor ihm. Ihr könnt auch beide gegen mich kämpfen, kein Problem. Aber ihr werdet es nicht schaffen, dass ich auf dem Boden liege. Das wird nicht funktionieren. Wir können hier vernünftig miteinander klarkommen. Er sagt, hör mir zu, du bist eine Autoritätsperson. Ich bin eine Autoritätsperson und er ist auch eine Autoritätsperson. Wenn wir diesen Krieg hier nicht beenden, die Jungs werden sich jeden Tag boxen. Das muss nicht sein. Sittama. Rufe Wladimir hierher. Wladimir sitzt da so total aufgeregt und so richtig auf Krawall. Er ist kurz davor, auf mich loszugehen. Ich habe zu ihm gesagt, lass mal diese Filme los. Was bist du für ein kleines Kind? Hör auf, so hebelig zu sein. Er macht die ganze Zeit so, die Stars und Jani, er kann sich nicht mehr beherrschen, er will eigentlich auf mich rauf. Ich habe zu ihm gesagt, guck mal, Wladimir, steh auf, komm, wir boxen uns, komm, ich will aufstehen. Der Türke sagt, nein, nein, wir wollen eine vernünftige Lösung, haben wir gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, Bruder, dann soll er aufhören mit diesen Filmen. Was ist das? Was ist das? Er kann sich nicht beherrschen oder was? Hör auf mit diesen Filmen, ich habe keine Angst vor dir. Er sagt, wie, du hast keine Angst vor mir? Ich habe gesagt, ich habe keine Angst vor dir. Ich habe vor niemandem Angst. Ich habe nur vor Gott Angst. Vor niemanden. Okay? Ich habe vor niemandem Angst. Check das endlich. Merz sagt zu ihm, guck mal, entweder Wladimir, wir regeln das jetzt hier vernünftig oder wir lassen das. Willst du, dass seine Jungs und deine Jungs sich jeden Tag boxen? Deine Jungs sind alle jahrelang verurteilt, seine Jungs jahrelang verurteilt. Lass uns vernünftig miteinander hier klarkommen. Wenn einer von denen mal Scheiße baut und die sich schlagen, okay, aber nicht alle gegen alle jeden Tag, das muss nicht sein. Er redet, er redet, er redet. Er sagt zu mir, Bruder, was sagst du? Ich habe auch so ein paar Sachen gesagt. Auf einmal redet er dazwischen. Ich sage zu ihm, Digga, verstehst du meine Sprache nicht? Hörst du mir überhaupt zu? Soll ich es dir auf Russisch sagen? Baruski, Panimayisch. Er sagt, ja, da, Panimayu. Ich habe zu ihm gesagt, ja, Panimayu, nicht Panimayu, hör auf mit der Scheiße. Wenn ich rede, habe ich dir dazwischen geredet? Er sagt, nein, muss ich reden. Was soll dieser Scheiß? Auf einmal, er sagt, was ich nehme, seinen Kopf, und die Nettergau, und habe einfach seinen Kopf genommen und einfach so auf den Tisch gehauen. Wer bist du, du kleiner Hund? Auf einmal, es kommt wieder zur Massenschlägerei. Wir haben uns wieder geboxt, 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 wieder Einschluss, wieder dies, Isolationshaft, was weiß ich, richtige Filme. Das Ganze ging halbes Jahr. Ich wurde immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Irgendwann wurde, Speckbacke, auf den ich aufgepasst habe, er wurde natürlich auch irgendwann entlassen. Er wurde, also er kam raus. Alan kam irgendwann raus. Natürlich waren da noch viele andere Cousins, Cousinen. Ne, Cousinen nicht, Cousins, sorry. Cousins, viele Cousins waren natürlich immer noch da. und dann kam irgendwann der Tag, so ein Typ ist den Gang entlang gelaufen, hat Bücher verteilt. Ich sage, gib mir mal ein Buch. Das war das erste Mal, dass ich ein Buch lese. In diesem Buch ging es um Krieger, um Kriege damals, um Helden, all solche Dinge. Ich habe mir das Buch durchgelesen, das war so interessant, das hat mich richtig runtergebracht. Ich habe zu ihm gesagt, bring mir jeden Tag ein, zwei Bücher. Er bringt mir Bücher. Irgendwann hat er mir die Bibel gebracht. Irgendwann hat er mir Koran gebracht. Er hat mir andere Religionsbücher gebracht, über Buddhisten, über Jesiden. Ich habe über fünf, sechs Religionen, habe ich Bücher gelesen. Und alle Religionen hatten irgendwie was gemeinsam. Alle haben an Gott geglaubt, außer natürlich Buddhisten, die haben an gar nichts geglaubt. Aber alle haben irgendwie an Gott geglaubt, alle haben an Frieden geglaubt und an ein friedliches Miteinander geglaubt. Und ich habe monatelang damit verbracht, diese Bücher zu lesen. Monatelang. Und ich wurde von Tag zu Tag ruhiger und ruhiger und ruhiger und habe meinen Weg dann zu Gott gefunden. Ich wurde so richtig religiös. Und da gab es auch wie so eine Kapelle ähnlich, wo wir alle zusammen auch beten konnten. Moslems, Jesiden, Christen. Und auf einmal wurde das richtig schön. Ich wurde irgendwie ruhiger, entspannter, lockerer, schlauer. und irgendwann habe ich angefangen, meine Probleme nicht mehr mit Gewalt zu lösen. Ich wurde ruhig. Wenn jemand Stress gemacht hat, habe ich ihn genommen, habe gesagt, komm mal her. Die wussten, es geht auch anders. Ich habe sie genommen in mein Zimmer, habe gesagt, was ist eigentlich dein Problem? Bist du irgendwie krank in deinem Kopf? Soll ich dir einen Krankenwagen rufen? Er guckt mich an, er sagt, was für Krankenwagen? Ich habe zu ihm gesagt, anscheinend bist du ja krank, so wie du dich verhältst. Brauchst du Hilfe? Sollen wir dich in Therapie stecken? Soll ich einen Notarzt rufen? Er guckt mich an, er sagt, was für ein Notarzt, Digga, was laberst du? Ich habe zu ihm gesagt, red vernünftig mit mir. Ich rede gerade vernünftig. Ich kann es aber auch anders klären. Ich habe diese kriminellen Jungs heruntergebracht. Ich wurde auf einmal ein Therapeut, ein Psychiater, ein Psychologe, alles mögliche. Ich habe ihnen ein Buch gegeben, ich habe gesagt, hier, lies dir mal dieses Buch durch. Und wenn du mit diesem Buch fertig bist, komm danach zu mir. Sag mir, wie es war. Sag mir, was du aus diesem Buch mitgenommen hast, okay? Lass dich bitte von nichts ablenken. Lies dieses Buch und komm danach zu mir, zwei, drei Tage später. Er kommt zu mir und sagt, Bruder, was für ein geiles Buch. Hammer, geil, die ist das. Und so habe ich dann Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr mich selber therapiert und habe den Jungs, den schweren, kriminellen Jungs wieder auf den geraden Weg geholfen. Und so hatte ich meine Aufgabe. Jeder hatte auf einmal anderen Respekt vor mir. Nicht diesen Respekt aus Angst, sondern diesen Respekt einfach Respekt. Wenn jemand Probleme hatte, jemanden zum Reden brauchte, ist er zu mir gekommen. Ich habe ihn in meine Zelle genommen, Tür zugemacht. Ich habe gesagt, was ist los? Rede mit mir. Gesprochenen Menschen kann geholfen werden. Was ist los? Ich habe denen Ratschläge gegeben, Tipps gegeben. Ich habe die mit auf Arbeit genommen. Ich wurde wieder Vorarbeiter. Ich habe die Jungs zu Arbeitstieren gemacht. Ich habe gesagt, passt auf, benehmt euch. Ihr könnt schneller wieder zurück zu euren Familien. sind Arbeiten gekommen, haben Geld verdient, wurden entlassen, haben Startkapital gehabt, all solche Dinge. Und nach sage und schreibe, 21 Jahren kam ich aus dem Knast wieder raus. 21 Jahre lang saß ich im Gefängnis. 21 Jahre. 21 hört sich zwar nicht, 21 ist vielleicht gerade für euch nur eine Zahl, aber lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Überlegt mal, wie viel 21 Jahre sind. Heute bin ich draußen. Ich bin in einer Organisation, wo ich mich um junge Leute kümmer und versuche es gar nicht dazu kommen zu lassen, dass solche jungen Leute auf die schiefe Bahn geraten, Scheiße bauen und überhaupt in den Knast landen. Ich habe zwei Dinge gelernt. Halte dich von den falschen Freunden fern und komme erst gar nicht in den Knast. Und was noch viel, viel, viel schlimmer ist. Gott bewahre, solltest du mal in den Knast kommen. Das Schlimmste, was dir im Knast passieren kann. Weißt du, was das Schlimmste ist, was dir im Knast passieren kann? Wenn du dich an den Knast gewöhnst. Wenn du dich an den Knast gewöhnst, gibt es für dich nichts Schlimmeres. Du hast dich dran gewöhnt, du bist zu Hause und du kannst da bleiben und es interessiert dich nicht, ob du noch fünf Jahre, zehn Jahre, dreißig Jahre drin bleibst. Du bist zu Hause und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Gewöhne dich niemals an den Knast, wenn du reinkommst. Am besten komm gar nicht erst rein und mach keinen Scheiß. Und glaub mir, hätte ich es gekonnt, ich hätte die Zeit zurückgedreht, aber leider, leider checkt man Sachen erst, wenn sie viel zu spät sind. Viel zu spät sind. Ich war kurz davor, rauszukommen und habe mich damals von irgend so einem Vollidioten provozieren lassen, habe ihn das Leben genommen. Er liegt heute unter der Erde, schon seit über 15, 16, 17 Jahren. Seine Familie trauert um ihn. Seine Familie wird es niemals vergessen. Seine Familie denkt bis heute, er kam in den Knast. Das war schon schlimm genug. Er ist im Knast ermordet worden. Ich habe sein Leben beendet, das Leben seiner Familie für immer und ewig zerstört. Ich war über 20 Jahre im Gefängnis. Ich habe im Gefängnis meine Mutter verloren. Mir sind so viele schlimme Dinge passiert im Knast und das hätte alles nicht sein müssen. Wäre ich einfach nur als Jugendlicher kein Möchtegang-Gangster gewesen und hätte irgendwelche Tankstellen ausgeraubt mit irgendwelchen Freunden, die heute Familie haben, Kinder haben, Häuser haben und ich das letzte Stück Dreck bin, was hier rumläuft. Ein verurteilter Mörder, der nichts, aber auch wirklich nichts in seiner Hand hat. Für was? Für nichts. Nehmt euch meine Worte zu Herzen und wenn ihr nicht im Knast landen wollt, liked diese Folge, abonniert den Kanal und folgt mir und mein Bramilio auf Insta. Ich küsse eure Herzen, ich küsse eure Seelen, supportet diesen Kanal, ich verlasse mich auf euch, wie schon gesagt, wir brauchen hier eine Armee, richtige Soldaten, die jede Folge hier liken und kommentieren, damit dieser Kanal explodiert. ich küsse eure Herzen und passt auf euch und eure Familien auf, euer Seid Ibrahim. und eure Seid Ibrahim. Musik 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 Musik